Das du, ich lasse dir das durchgehen. Du Monster! Rachsüchtige Geister schlagen Habsüge! Dein Kamerad wird gerade in die Ecke geblendet. Bleib in Bewegung, Marionette, hier ist kein guter Ort. Das ist ein guter Weg, nur für den Tod. Die überlegen es sich zweimal sich mit dir anzulegen, wenn sie denn überhaupt überlegen. Genau in dein kreischendes Maul. Sterbliche Schwächlinge, spürt meine Zorn. Höchst effektiv gegen die verdammten Ongyo. So, das tat weh. Sterbliche Narren. So, I'm great for me. You won't make it for me. Pass auf deinen Hitman auf, sonst beißt noch jemand rein. Es ist dumm, mit Waffen zu arbeiten. Nach dem Tod werden alle seine Anhänger auf mein Kommand rühren. Ja. Das Licht in deinen Augen erlischt. Ja. Ja! 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 Für einen richtig schönen Knallauflager. Oha! Das tut richtig weh. So viel Wut. So viel Kraft. Karma findet immer einen Weg. Nicht rödeln, meine Freunde. Betreten Sie das Portal. Es ist dumm, für Kraft zu arbeiten. Nach dem Tod werden alle seine Anhänger auf mein Kommando erhöhen. Noch ein Grund, um uns zu passen. Wer baut sowas? Schnau, kleine Sterbliche. Wer baut sowas? Schnau, kleine Sterbliche. Der Tisch macht aus Müll Schätze. Gehen Sie an die Arbeit. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Hier, wie sie dir ist. Rüstetig. Wie war ich so? Wie löst ihn? Kraft an die Spezialeinheiten. Wir haben die Chance, in die Offensive zu gehen. Die Mission ist einfach. Töte Feinde. Eine Menge. Die! Heute bin ich das Bomben-Räum-Kommando. Es ist mir eine Ehre, mit dir zu dienen. Jetzt bin ich wütend. Dein Leiden findet ein Ende. Deine Zeit der Missertaten ist nun vorbei. Deine Zeit der Missertaten ist nun vorbei. Deine Zeit der Missertaten ist nun vorbei. Dieses Vatilieg endet jetzt. Ihr werdet diesen Abwiesleben verlassen. Die dürfen auf keinen Fall liegen. Ein Schuss in den Kopf. Zurück! Das ist ein scheußliches Ding! Ein Schuss in den Kopf. Das ist ein Schuss. Dein Verwünderter sieht schon, dass er von Niedergängern umgeben hat, ja? Sie haben sich Oberführer Wolfram von List zum Erzfeind gemacht. Viel Glück dabei. Du lebst. Das ist schon mal etwas. Von List wird dies nicht vergeben. Aber von mir aus soll er zur Hölle fahren. Dank Bellicar können wir eine Nachricht senden. Sobald wir durch ein Portal gehen, hängt die Richtung genau an. Ich habe dir dein böses Hirn rausgeschossen. Professor, verabschieden Sie sich von Ihrem Spielzeugsoldaten. Hey, Genie! Wir sehen uns nicht. Ihr trüft meine Geduldsterbliche. Jetzt zahlt ihr den Preis. Der Verwünderter sollte besser auf sich abfassen. Vorsicht! Die machen sich gleich plötz. Kopfschüsse sind ein Geschenk. Sie sind überall. Gar nicht gut. Sie sind überall. Gar nicht gut. Sie sind überall. Gar nicht gut. Steigen! Sie sind überall. Ich bin genau die Schuss. Professor, verabschieden Sie sich von Ihren Spielzeugsoldaten. Du wirst dasselbe vermuten. Was du gerade getan hast, war... inspirierend. Mein Fehler, dich so nah heranzulassen. Das war's für heute. Jetzt werde ich nicht erleben, wie das alles ausgeht. Untertitelung des ZDF, 2020